Wir gehen hier gleich weiter nach Nürnberg. Dort ist ab heute CSU-Parteitag. Und der könnte fast langweilig werden, denn der Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Markus Söder ist entschieden. Die Fronten sind geklärt. Wenn sich die Delegierten ab heute dann in Nürnberg treffen, dürften böse Überraschungen nicht zu erwarten sein. Spannend ist sicher noch, welches Ergebnis Horst Seehofer einfährt, der nochmal für den Parteivorsitz kandidiert. Er braucht Rückendeckung für die Verhandlungen in Berlin und im Moment sieht es ganz danach aus. Gleich mal das richtige Gefühl bekommen für Harmonie und Geschlossenheit. Markus Söder will heute Morgen nicht mehr groß über den zermürbenden und heftig geführten Machtkampf mit Horst Seehofer reden. Lieber über die Sehnsucht der Basis nach dem Weihnachtsfrieden. Jetzt schauen wir mal am Ende, was rauskommt. Ich glaube, die Partei ist erleichtert und will die Chance nutzen, auf diesem Parteitag die Diskussion in der vergangenen Wochen abzuschließen und sich gleichzeitig für die Zukunft neu aufzustellen. Mit ein, zwei Persönlichkeiten, Horst Seehofer als Parteivorsitzender und möglicherweise nicht als Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Ämtertrennung, Doppelspitze, was in Ingolstadt mit gemischten Gefühlen ankommt. Hier in Seehofers oberbayerischer Heimat stört sich die Basis vor allem an der Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wurde. Also, ob es Fair Play war oder nicht, das ist jetzt, sagen wir mal, kann man ein bisschen anders da sehen. Aber die feine Art war es definitiv nicht. Und gerade jetzt, weil man ihn halt hier in Ingolstadt sehr, sehr gut kennt und ihn auch schätzt, ist man natürlich noch mehr Sympathisant zum Horst Seehofer. Es war unangenehm. Man versetzt sich natürlich dann auch, man versucht sich natürlich dann auch ein bisschen in die Lage reinzuversetzen. Ein Mann, ein Ministerpräsident, auch mit dem Alter, der schon so vieles erreicht hat, so viele Stationen hinter sich hat, dass dann sowas geschieht, ist natürlich ungut. Wie gespalten die CSU ist, sieht man in Söders Heimat Nürnberg. Im Ortsverband Fischbach ist man mit dem eingeleiteten Machtwechsel hoch zufrieden. Markus Söder hat eine große integrative Kraft. Er kann wirklich Menschen zusammenbringen. Er ist themenorientiert und geht da ganz straight vor. Ich hoffe, dass sie sich zusammenraufen. Jeder von den beiden hat exzellente Fähigkeiten. Jeder Mensch hat auch Schwächen. Und wenn man die Fähigkeiten zusammenspannt, dann kommt was Großes raus dabei. Großes hat vielleicht auch Horst Seehofer weiter vor. Allerdings eher in Berlin als München. Die CSU erwartet nun von der SPD, ihre Haltung zu einer Regierungsbeteiligung zu klären. Die Schwierigkeiten liegen bei anderen. In der Vergangenheit durch das Aussteigen der FDP und jetzt durch die noch offene Entscheidung der SPD. Also die Union ist derzeit nicht das Problem der deutschen Politik. Also kann ich Ihnen nur die Frage so beantworten. Wir sind bereit, ab nächste Woche zu sondieren. Am Nachmittag wird die Kanzlerin erwartet. Und auch hier dürfte es deutlich harmonischer zugehen als vor zwei Jahren beim Streit in der Flüchtlingsfrage. Den CSU-Parteitag in Nürnberg beobachtet mein Kollege Thomas Baumann. Thomas, die CSU sortiert sich neu. Traut man denn der neuen Einigkeit eigentlich selber schon? Ja, das muss dieser Parteitag erweisen, ob man dieser neuen Einigkeit traut. Mir hat ein hoher Parteifunktionär eben gesagt, am besten dokumentiert sich Einigkeit in guten Wahlergebnissen. Und Petra, da sieht es so aus, wir warten mit Spannung auf zwei Wahlen, die morgen stattfinden wird. Zum einen stellt sich Horst Seehofer zur Wiederwahl als Parteichef und das in geheimer namentlicher Abstimmung. Und dann wird der Parteitag Markus Söder zum Spitzenkandidaten der CSU für die Landtagswahl 2018 nominieren. Das per Akklamation, per Handzeichen. Nun gibt es hier einige, die mutmaßen, dass die Parteiführung den direkten Vergleich in Zahlen in den Wahlergebnissen zwischen Seehofer und Söder scheut. Die Parteiführung sagt, das ist Unsinn. Bei der Nominierung des Spitzenkandidaten Söder für die Landtagswahl gibt es keinen Gegenkandidaten. Und deshalb sei dieses Verfahren so in Ordnung. Wie das in Bayern ausgeht, ist natürlich auch für die Kanzlerin nicht unwichtig. Sie hat nicht die allerbesten Erfahrungen mit CSU-Parteitagen. Heute kommt sie. Wie glaubwürdig belastbar ist das neue Verhältnis zwischen CDU und CSU? Ich glaube schon, dass das mittlerweile belastbar ist, weil beide, die CSU und die CDU, die ja Streit hatten, bis hin vor die Bundestagswahl gemerkt haben, dass dieser Streit keinem von beiden lohnt, im Gegenteil schadet. Das haben die Wahlergebnisse zur Bundestagswahl dokumentiert. Und ich gehe mal davon aus, dass beide gelernt haben, wenn man hier so mit den Leuten spricht, mit den Delegierten, dann wird heute um 16 Uhr, wenn die Kanzlerin kommt, sicherlich eher kein überschwänglicher Empfang bereitet. Aber es wird auf jeden Fall ein freundlicher Empfang. So hören wir jedenfalls. Bei allen Bemühungen um Einigkeit sieht man den Seehofer in Berlin geschwächt durch die Ämterteilung, vor allem im Hinblick auf mögliche Sondierungen mit der SPD. Nein, das ist eher nicht so. Ich glaube, dass beide, die sich in einer Verantwortungsgemeinschaft sehen, Markus Söder und Horst Seehofer, nun wirklich in der Tat fair und echt teilen. Söder soll sich auf Bayern konzentrieren, soll versuchen, das Beste rauszuholen bei der Landtagswahl im nächsten Jahr. Und wir hören auch aus dem Lager von Markus Söder, dass er eigentlich ganz froh ist, sich auf Bayern konzentrieren zu können und dass Seehofer Berlin übernimmt, gerade in schwierigen Zeiten. Und da ist sein Verhandlungsgeschick gefordert. Und das ist mindestens so gut, so hören wir aus der Partei, wie das von Markus Söder. Also das heißt, diese Macht- und Ämterteilung muss kein Nachteil sein. Und wenn ich das Echo aus den Jamaika-Verhandlungen mir vor Augen halte, dann wurde dort Horst Seehofer für seine Standhaftigkeit, aber auch für seine Flexibilität gelobt. Also ich glaube, das tut der CSU keinen Abbruch, diese Amts- und Machtteilung. Dankeschön, Thomas Baumann, für diese Einschätzungen und Eindrücke aus Nürnberg vom CSU-Parteitag.